Musik Hallo, mein Name ist Jörg Arnold und ich bin Trainer im Pilates Zentrum TVA. Ich trainiere und unterrichte Pilates für mein Leben gern. Das Gute, was mit dem Pilates-Nahe sagt, funktioniert tatsächlich. Warum das so ist und wie die Pilates-Methode wirklich funktioniert, das möchte ich gerne zeigen. Über das Bildungswerk Sport. Ich freue mich auf euch im Seminar. Hallo, mein Name ist Bär von Schilling, ich bin Sportwissenschaftler und Personal Trainer. Und über das Bildungswerk Sport biete ich Seminare im Bereich Functional Training und Kettlebell Training an. Die Angebote des Bildungswerk Sport richten sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittener Übungsleiter und Trainer. Wenn ihr also wissen wollt, wie ihr mit solch einer Gewichtskugel eure Kraft verbessern könnt und die Ausdauer steigern könnt, dann freue ich mich auf euch in einem der nächsten Seminare. Hallo, ich bin die Claudia Blatt-Gala und ich bin Bewegungspädagogin. Bewegungspädagogin nach Franklin-Methode. Die Franklin-Methode benutzt die Anatomie, aber in ganz erlebter, lebendiger Form, dass wir viel von unserem Körper erfahren und die besser verstehen. Und was wir noch dazu verwenden, ist eine Reihe von Bildern. Bilder, die uns helfen, das, was in unserem Körper passiert, besser spüren zu können und in den Alltag zu bringen. Denn die